Hey Leute, heute mal ein Marker-Review und zwar zu dem Molotow 620pp. Ich habe ihn mir in Gold gekauft. Der hat ein 15mm Nip. Seht ihr hier. Er ist refillable. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Müsst ihr nur hier aufschrauben und dann hier einfüllen. Also ich denke mal, das kriegt ihr ja noch auf die Reihe. Ja, dann werden wir mal testen, wie der so funktioniert. Und zwar, wie hier auch auf so einer kleinen Anleitung steht, für die, die es nicht kapieren. Da muss man den erstmal schütteln. Dann ein bisschen pumpen. Und ja, dann kann es losgehen. Also ihr seht diesen dick Gold in meinem Strahl. Perfekt. So. Ich könnte es so machen. Also ganz viele Stärken. Ja, probieren wir mal einen Zeiger aus. Also ihr seht, ähm, jedoch wenn ich schnell ziehe, dann passiert sowas. Ähm, aber ich glaube, das passiert auch hauptsächlich nur auf Papier. Ich habe es nämlich auf dem Buch oder sonst was auch Spaß probiert. Ähm, da passiert sowas irgendwie gar nicht. Ähm, aber vielleicht muss man auch einfach nur mehr pumpen. Und, ähm, ja, an sich ist der Marker trotzdem gut. Ähm, die Farbe bleibt, ähm, also er geht nicht so schnell leer. Seht nur bei mir ist es noch ganz voll. Ich habe den schon öfters benutzt. Ähm, zum Taggen sehr gut. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.